Und wegen denen hier voll Wind wieder mal und Deckel gerade weggeflogen und Steuerung verloren hier. Das ist natürlich kacke. Wir probieren das jetzt nochmal. Ja, ne, ey, keine Steuerung gehabt. Keine Steuerung gehabt. Scheiß Freisgeil. Heute eingebaut. Ne, wirf den mal richtig. Nein, erst wenn er weg ist, mach ich das. Aber ich muss erst mal wegen Wind und so. So, mach mal, wirf mal. Das ist wie so, so stark eingestellt. Ja. Ich verlieg gerade total die Kontrolle. Ich will aber Seitenruder machen, ich hab keins. Geht doch gar nicht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ah, scheiße. Das war's. Schöne Scheiße. Ich hab eh von meinen Wings nicht angeklebt. Dennis hat mir gewundert, dass der wie ein Eimer fliegt. Aber Kleber hat jetzt auch keiner bei, ne? Nee. Scheiße. Kann ich sein, Team? Mensch, ey. Kein Kleber bei. Da müssen wir uns auf eine Kleber organisieren. Ich geh hin vor, jetzt bekomme ich sowas vergessen. Nee, den hab ich nicht vergessen. Okay. Da kann ich auch nicht kleben. Aber ich hab den wahrscheinlich nicht an den rotieren. Scheiße. Scheiße. Ich fisse. Toll. Wollte ich ein bisschen Wing Wing fliegen, ey? Ja, ich flieg mal. Du hast keinen Dings? Bei? Ich fliege weiter. Was? Was? Was hast du gesagt? Ich hab nochmal ein Ding Ding mitgebracht. Nee, nee. Oh. Der Deckel ist nicht so richtig. Oh. Nicht, dass ich den verliere unterwegs. Das wäre fatal. So. Komm mal, oder? Was hast du? Aber ich bin schon ein bisschen geflogen damit. Muss man ja sagen. Ach klar. Ich kann ja nicht sprechen, weil zu kalt. Mein Schnauze schnutt ist schon nicht froh. So, der Wind kommt von hinten immer noch. Ein bisschen steckt er weg. Was ich schon mal vor allem mit meinem Wegsteigen habe, ja? Der kotzt mich auch voll an. Oh, nicht so tief, Rüger. Wackelt dann schön nach oben. Oh. So schön. Ich hab ja einen Ofen. Oh. Und rollen, landen, ja? Mhm. Landen, siehst du ja richtig? Landen heißt ja auch noch nicht so gut mit dem Ding. Kannst du fangen. Die fangen sie nicht. Genau, sieht aus wie hier so ein... Oh, das geht ja nicht aus. Uh. Hahaha. Der ist ja ausgegangen. Scheiße. Ich wollte nur mal den Tipo checken. Wo ist denn die Strippe? Da ist er. Daher. Mal gucken, was da noch drin ist. Für Woll, da kann ich noch 20 Minuten fliegen, Junge. Allt, schick. Was? Schick, Junge. Kann ich noch 20 Minuten fliegen, das werde ich auch machen. Ah, die sind schon wieder raus hier, die Strippen. Da muss ich mal was ausdenken. Weil wenn die mal zusammen kommen, wäre das natürlich sehr uncool für den Motor, ne? Zumindest für das ESC wäre es im ersten Moment sehr unschön. Check dir mal, du hast die noch an, die Punkte. Ja, dann pack ich dir die Finger ab, Junge. Mit Jelbe. Schwarz, Rot, Jold. Mit Verschisse. Da muss noch Klebeband rum. Das mache ich dann noch. To Huse. Check. Check. Deckel drauf. Nicht so lang, sonst kommen die hinten rin. Die kommen da nicht rin. Okay. Außerdem, wenn sie da hinten rankommen, dann werden sie abgeschnitten. Ganz einfach. Das ist vollautomatische Antennenkopf. Das ist vollautomatische Antennenkopf. Das ist vollautomatisch. Naja, so an sich, kann ich ja sagen, fliegt der erstmal. Das war schon mal gut. so wie läuft übrigens noch und lässt sich super schön schmeißen das ding zu schnell was angst so hat ja schief ist modern gehört weiter wusste ich schon wieder nicht mehr wo ja was ist ist immer noch der erste akku immer noch der erste winging also ist der ist mir zu schnell da ist windig da oben der fliegt ja rückwärts nicht so hoch rüdiger mein erster looping nicht so weit weg jetzt habe ich die kontrolle fast verloren hier langsamer machen nicht so viel gas denn die hitze hoch krosswindig alter wieder übel taumelt jungen der wind jungen Bis zum nächsten Mal.